Hallo, herzlichen Glückwunsch, du hast eine Hausrenovierung gewonnen. Nee, alles gut, ich brauch keine, ich bin eigentlich zufrieden. Doch, 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 komm mal mit. Wie gesagt, ich brauch keine. Vertrauen mir, das wird eine gute Idee sein. Aber wir müssen als allererstes ein paar Sachen loswerden. Ey, yo, wie loswerden? Hä? Hä? Ey, warte, 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 was machst du? Steeel! Hm, irgendwas passt mir hier noch nicht so ganz. Wie passt hier nicht? Was machst du da? Hä? Wieso krieg ich Schaden? Besser. Was hast du getan? Was macht du da? Hier, nimm das. Milch? Jetzt kommen wir zum zweiten Teil der Renovierung. Was für ein zweiter Teil? Der erste hat mir schon nicht gefallen. So, dann fangen wir mal mit der Brücke an. Weil jetzt die Tür. Sie geht nach Ausgrabung, was ist das? Und fertig. Sieht doch direkt viel besser aus. Ich hatte eine Villa mit allem, was ich brauche, was ist das? Gern geschehen und reingehauen. Hä? Hä? Da habe ich Staubpaller...